jo leute was geht willkommen zu diesem video leute ja es ist ein kurzes info video leute ich werde wieder aktiv mit youtube starten aber nicht mit lotenix wird behalten sein und dort werde ich auch videos hochladen noch aber der hauptkanal der neue gaming kanal wird unter der beschreibung sein wir diesen kanal mit lotenix werde ich zu einem best of kanal umwandeln leute ich werde dort mal auch ein stream machen aber hauptsächlich werde ich nur noch best ofs schneiden und hochladen von projekten die ich auf dem gaming kanal gemacht habe ja und vielleicht kommen auch noch andere videos aber der hauptkanal wird der neue gaming kanal sein der link ist unten in der beschreibung leute alle die mich weiterhin unterstützen machen oder wieder unterstützen wollen ich werde wieder aktiv dabei sein ich habe mir eine neue elgato geholt dass ich bessere qualität raushauen kann ich habe mir ein neues aufnahmeprogramm für den pc geholt wirklich jetzt geht es dann wieder richtig los leute und ab 20 2021 sowieso ich werde so viele projekte bringen wird wieder losgehen ich bin motiviert ich habe wieder bock darauf ich hoffe ihr auch ich hoffe wir sehen uns auf dem gaming kanal leute link ist unten in der beschreibung teil den kanal und wir sehen uns auf neuen kanal bis dahin ich bin raus haut rein ciao